Musik Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Mirrorless Edge Catalyst Verdammt, der war schon scheiße, der war schon richtig scheiße Und dies Und dies Und dies Dies und dies Der war dafür gut Der war dafür sogar sehr gut Und dies 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 Wow, er hat mich erwischt, scheiße Das war ja gar nicht so gut Gegen so einen komischen Typen, der mich ja noch erwischt Das ist schon schlimm Alter, aber alter Die Typen sind auch mega Asi Da waren aber zwei von, scheiße Zieh ich in die Zwickmühle Und weg hier Ich hatte noch ein bisschen Fokus Schild Jetzt gleich nicht mehr Vielleicht bin ich wieder tot Alter, was sind denn das für starke Gegner? Ich hab ne Idee Komm Fokus Schild, blatt dich wieder auf Bitte Komm, ich hab bitte gesagt Wow, 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 wow Alter Verwalter Was für den Arsch Na warte Na warte, hier Und Dem hier Ciao Jetzt bin ich wieder lowlife Und die Kacke Kann ich nicht irgendwie Nee, kann ich nicht Schade Wir sind ein Teil davon Könnte man noch Waffen aufnehmen Und dies, und dies Oh mein Gott Und dies, und dies, und dies Dies, 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 dies Ich press einfach Ich press gerade einfach nur noch den Smash, nur noch den Angreifbutton Oh, kann der schießen? Kann der, der kann schießen Der kann schießen da oben Der letzte Wichser Der muss ich auf jeden Fall ausschalten Sonst wäre ich, glaube ich Ziemlich am Eimer gewesen Betz, jawohl Ja, der war nice Den hab ich schön gesehen Durch den blauen Balken Der da war Lol, was soll das denn? Scheiße Was ist los? Jawohl, den Schuss bin ich ausgewichen Nice Nein Wieder lowlife Und tot Gar keine Chance, ey Wumm, wumm Diese beiden Die Typen mit dem Schnellen Angriff Teil, das ist ein bisschen assi Jetzt sieht auch diese komischen Bildschirmaussetzer nicht mehr Jawohl Glück gehabt Glück gehabt Glück gehabt Nur sie da ab hier Ernsthaft jetzt? Ich bin jetzt schon wieder verkackt So krass Nein, kacke Jawohl, der war schön Kein Leben verloren Durch die paar Typen Das ist schon mal sehr, sehr gut Okay, erstmal so ein bisschen In den Typen rein Rehraschen Ist glaube ich nicht die beste Taktik, aber ist mir egal Wenigst ein hab ich down Darf ich nochmal zwei down Nummer drei rennt weg Tschüss Mach einen Abgang Mach einen Abgang Hab ich gesagt Assi, ey Was ein assi Die nächsten kommen Du bist hier irgendwo Genau Ja komm Trau dich Trau dich Ja los Ihr konntet mich jetzt Durch den Typen angreifen Verarschen Was? Wie kann der das denn machen? Das ist doch kacke Gerade ihm konnte der das nämlich nicht Nice Nein, komm Können wir da durch den Typen angreifen Das ist mal assi Wenn wir durch den Typen angreifen können Jawohl Fokus, bitte Halt mich Halt mich am Leben Dankeschön Jawohl Wo kommen die nächsten? Da kommt der nächste Hier, schön noch runter Schön noch runter Schön da runter Das hat ein schön Das war ein schöner Angriff Nein, nein, nein Jawohl Er ist down Er ist down Er ist down Mein Gott Wie viel sind das denn bitte? Shit Ich bin schon wieder fast down Eintreffer noch Bin weg Jo, bin weg Alter Das ist mal ein viel zu krasser Fight Ohne Spaß Wie viele Massen da einfach kommen Was soll das denn? Ich glaube ich muss meine Umgebung mehr benutzen Das ist glaube ich eine ganz gute Idee Die Umgebung ein bisschen mehr zu benutzen Weil hier den ersten kann man ja richtig gut ausschalten Hier Wenn man Den hier macht Mit dem zweiten kann man richtig gut hier runterschubsen Wenn man den hier macht Zack Weg damit Nein Hier ist du weg Tschüss Was? Wollte ich schon sagen Warum reift ihr den nicht an? So Bye bye Ihr Wichser Hier muss ich jetzt auch irgendwie ein bisschen mit der Umgebung machen Fuck Ich erwischt Fickt euch Ich habe schon nur noch zwei Leben Ich habe jetzt schon nur noch zwei Leben Ey Das muss ich nicht verstehen oder? Guck mal Der steht direkt unter mir Ich treffe ihn nicht Zack Und ich bin Alter Das war Schwachsinn Das war mega der Schwachsinn Ich fall runter Verliert euch natürlich auch noch Leben Und dann werde ich noch von irgendeiner geboxt Er kann durch den Block durchboxen Ich nicht Mega Mega Abfuck Naja Jetzt packen wir es aber Guts So muss es nämlich aussehen Genau so muss es abgehen Ja Nice Wo ist der nächste Kommen die da schon? Der nächste ist hier noch Was? Er hat mich wieder erwischt Das gibt es doch nicht Ich konnte dem Gang nicht ausweichen War das Problem Jawohl Und dies Dies Und dies Bisschen Fokus aufbauen Damit wir gleich nicht so viel Schaden kriegen Von den Typen die da oben spawnen Du weißt nicht wie dir geschieht Weißt nicht wie dir geschieht Geschieht Nein komm Nein komm Geh du Geh da einfach weg Der ist jetzt erstmal die erste Priorität Aber die haben mir immer mega den Damage Oh fuck it Geh weg da Ein Leben hab ich noch Wieder ein bisschen sammeln Wieder ein bisschen Nein was ist das? Warum hat der auf einmal komplett leer gemacht? Ich habe immer das Ding komplett leer gemacht Einfach so Jawohl die beiden hab ich aber Der hat immer noch low life Mega low life Kommt mal da runter Jawohl Den haben wir Den haben wir schön ausgeschaltet Den haben wir sehr schön ausgeschaltet Ja sehr schön Sehr sehr schön Nein Er hat mich erwischt Stirb Komm Stirb Geh doch einfach down Geh doch einfach down Bitte Bitte Ich habe bitte gesagt Ich muss mich verstecken Ich muss mich verstecken Oder sowas Ich renne weg Ich renne weg Ich bin mal einen ausgeschaltet Aber das bringt mir nicht viel Alter Verwalter Das ist zu krass Einfach zu viele Nein Oh das war so gut Das war so gut am Ende noch Ich habe so viele Finisher gegeben am Ende noch Komm schon Das war mega gut Das waren echt nicht mehr viele Die gelebt haben so wahrscheinlich Das war sowas nicht so die letzte Welle Das war so gut Ach man Jetzt wieder von vorne Gibt es doch nicht Nimm dies Mann der hat mir Leben gezogen Scheiße Nimm dies Kleine Pottsau Die gehen beide da oben rauf Richtig asozial Richtig die Assis Jawohl Jawohl den habe ich Jawohl den habe ich Nice den habe ich auch Sehr schön Jetzt kommen wir gleich irgendwo hier runter Jetzt müssen wir sehen Hier kommt so ein Blitztyp runter gleich Die Typen die so richtig asozial sind Oh was ist das Ich hasse es Ja jetzt Jetzt habe ich ihm gegeben Jetzt habe ich ihm gegeben Und er kann mich durch den anderen Typen durch Erledigen Ja das gibt es nicht Und noch ein Leben wegen Fick dich Der Typen hat mir einfach so drei Leben gezogen Einfach so Und down Mann Und down Das gibt es doch nicht ey Mann Das gibt es nicht ey Ich glaube ich muss echt mehr Die Wände und sowas Ich muss mehr Wallwands Den dann so geben Ich glaube das ist besser Mal wieder kleine Wallwands ausführen Bats Ich denke auch nicht dran zu fliehen Man guckt nicht mehr zu meiner Richtung Aber trotzdem trifft er mich Mega der Merkwürdige Tschüss Komm Zieh dich hoch Wenn ich jetzt hier einen auf Lappen machen Wow 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 Ich weiß nicht wo ich gerade bin Aber ist mir egal Denn ich habe nur zwei kassiert Aber ich habe gleich drei Oh ich habe drei kassiert Das gibt es nicht ey Und dies Und dies Und zum Schluss nochmal diesen hier Viel zu viel kassiert schon wieder dabei Wow Nein, 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 nein Was soll das Sehr schön Von dem habe ich mich gar nicht treffen lassen Ey Nice Von dem einen Typen habe ich mich gar nicht treffen lassen Das war mega gut Die habe ich auch wieder gut gegeben Direkt auf Anhieb Jawohl Der ist auch tot Der ist auch down Jawohl Hat zwei Leben an dieser Stelle Das ist gar nicht mal schlecht Schitte, schitte, schitte Komm, geh weg da Nice Sehr, sehr nice Immer noch zwei Leben Bitte, der zieht mir Weil beide leben jetzt einfach ab Weil die nicht einmal richtig asozial sind Ey Fuck Fuck, 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 fuck Dies 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 Und dies Fall da jetzt runter Fall da jetzt runter Jawohl Damit ich ihn hier ausschalten kann Damit ich ihn hier auch mit meinem Deckung suchen kann Ein bisschen Fuck, jetzt habe ich keinen Fokus mehr Alter, was sind das denn für Typen Wie viele sind das denn? Das ist doch nicht normal Komm, falle den anderen Jawohl Hat er den anderen nicht auch mit ausgeschaltet? Gibt es doch nicht Immer schön ausweichen Immer schön ausweichen Immer schön ausweichen Immer schön ausweichen Jawohl Jetzt nochmal ein bisschen sammeln Kurz mal hier unten Kommt letzter noch Jawohl Du kriegst nichts gegen mich Du kriegst nichts gegen mich Ja Finisher Finisher Yes, man Endlich Alter, waren das viele Zwei Folgen für gebraucht Krass Ja, nicht ganz zwei Folgen Aber trotzdem Sentinel-Klasse Jetzt kommt doch ein Boss Ja, genau Nutze AD mit Dings Nahkampferlagerung Um Schockangriffe auszuweichen Hochangriff mit Sohn Okay Ja, das weiß ich ja Nach, komm Fick dich Ja, komm Ich greife ihn an Und er greift mich direkt auch an Wow Was ist das denn bitte? Die Assi Bin um mich rum Gegen die Wand Gegen die Wand Und dies Und dies Und dies Und dies Versteht gar nicht Wie eben geschieht Versteht nicht, wie eben geschieht Okay, er versteht, wie eben geschieht Nein Oh, das war gar nicht schlecht Das war gar nicht schlecht Komm, jetzt aber bitte Spawn nicht wieder am Anfang, ey Dann gibt's aber Dann gibt's aber Schläge Für die Spielentwickler Weil das ist dann richtig kacke Also das würde ich jetzt Wenn ich jetzt wieder am Anfang spawne Ne Jawohl Gegen den Typen Das ist, das ist okay Ja, los, komm Trau dich Sentinel Klasse Jäger Kruger Sick Nutze A, D Oder A oder D Mit Linksklick Nahkampf Weiß auch mal Wuchtangriffe Das, alles klar Erst was ich mache Ist hier entgegenrennen Den Kuhmove Oh nein Erst mal schön hier Die einem mitgeben Das finde ich Kacke Tschüss 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 Einer ist einfach Und der kann nicht schießen Ist ja keine Herausforderung Jetzt für Obwohl, ja Das ist immer ziemlich Das ist immer ziemlich heftig Was der da abliefert Wie trifft der uns da Das verstehe ich nicht Manchmal Los, komm Komm, komm Trau dich Oh nein Ach, komm schon Ey Das ist, das ist Man kann, man kann Diesen, diesen Wenn man ihn schlägt Kann man ihm nicht mehr ausweichen Das ist die Kacke Das ist die Kacke an dem Typen Weil, das ist Der ist Oh Mann Komm schon Ich will ihn wenigstens noch schlagen In dieser Folge Das schaffe ich auch noch Weil eigentlich wollte ich hier Diesen, diesen coolen Move machen Und dann Bats Weißt du Weißt du Schwirlan Weißt du Den coolen Move wollte ich machen Ich habe ihn nicht hinbekommen Hi Zuerst wirst du jetzt einen Turn-On von mir kriegen Das ist dir bewusst, oder Naja, er drückt mir Er drückt mir direkt wieder Er drückt mir einfach direkt wieder Und ich kann ihm Ich kann ihm nicht ausweichen Gerade ihm konnte ich ihn zweimal nicht ausweichen Nein, verarschen Was zur Hölle Und dies Nein, nein, weg hier Weg hier Weg hier Weg hier Weg hier Tschüss Guck mal Ich Ich move ihn Er gibt mir trotzdem mit Lol Ich bin nochmal weg, ne Ich renne da mal ein bisschen weg Ein bisschen Fokus hier auffüllen und so Weißt du Bescheid Schöner Dropkick Schöner Kick Boots, Digga So macht man das nämlich Du Wichser Du Wichser Hallo Icarus Alles klar Weg hier Aber wir kommen Entkommen in der nächsten Folge Danke fürs Zuschauen Lasst eine kleine Bewertung da Wenn es euch gefallen hat Und schaut doch im nächsten wieder rein Bei Mirrors Edge Catalyst Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal